Ich bin wohl nicht mehr werbefreundlich bei Twitter. Warum weiß ich auch nicht, ich mache genug Werbung, alles mögliche. So, ähm, Rahmen haben wir, haben wir, wo sind die Bahnen, hier, aber wir können genug bauen, hier haben wir 25 auf jeden Fall zusammen. Ich war halt ein bisschen selber per Handwerke, ne? Unter uns Alex, hier war dein Tag. Da kommt eine ungerade Zahl raus. Nein, also die Zahl ist gerade, aber nicht benötigte Anzahl, ne? Habe ich einen modularen Rahmen noch in der Dingens drin? Inventar, was? Nicht Dingens. Abgewöhnen, ey. Zack. Fahrzeuge erforscht. Milestone reached. Long-Range-Transportation, as well as the construction of Outposts, is now encouraged. Danke, danke, danke. Weile dich. Hütteln hier rum, na. Oh, oh, brauche ich denn noch Eisen hier? Aber trifft sich gut. Verteilen wir gleich mal. Jetzt einen neuen Stack raus. Telefonate hast du geführt. Okay. Ist was Gutes bei rumgekommen? Ja, Alex, du hast recht. Mein Bot ist noch nicht wach anscheinend. Immer dieser fiese Discord-Pod, ne? Egal. Ich habe mich ja selber angekündigt. Also, ich schreibe ja selber. Oh, jetzt läuft das aber nicht mehr so gut hier. Warum stehst du? Okay. Der kommt nicht hinterher. Wir sollten das auch mal verarbeiten, damit wir hier weitermachen können. Ach stimmt, ich konnte hier nicht weiter ausweichen. Musste ja wieder alles in den Weg stellen. Na gut. Ist egal. Sollen wir nebenbei auch die Stromdinger gucken. Solange wir noch keine Kohle haben. Nehm ich auch mit. So, der verarbeitet die auch schon. Guck mal, wir haben schon 10 Rahmen. Da können wir den reinpacken. Ich brauche die ja eh jetzt gerade nicht. Ich muss noch mal warten, ne? Oh, das hört sich gut an. Ich drücke dir die Daumen, Alex. Was war das? Dieser Extractor. 10 Meter hochtransportiert zu werden. Flüsse sind in der Regel nicht ausreichend. Da wird meine Oase wahrscheinlich kein Wasser liefern, ne? Hätte man das mal eher gewusst. So. Tunen mal unsere Bänder. Hier sind auch wieder die Schrauben das Problem. Macht nichts. Wir werden das hier sowieso alles so umfrickeln, dass wir uns dann nur noch aus dem Lager bedienen. Ja, passt aber. Ach, der Frickler. Guck mal, der ist ja schon wieder zurück. Oh, ich warte, ey. Gerne, gerne. Stahlproduktion. Gesarei. Gut, der ist neu. Hier sollte geraden. Also der ist für mich neu. So, ne? So ist das nämlich. Nehmen wir mal alle meine Rotoren. Und zwar auch noch haben. Und 50 Rahmen. Also das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das haben. Also wie gesagt, hier unten können wir uns schön das Lager reinsetzen. Das ist... Jetzt haben wir da hinten aber auch mehrfach, ne? Egal. Egal. Weiß drauf. Warte mal. Sprit mitnehmen. Sprit. Ja, hast du noch was zocken können? Also Alex. Cool, wir können hier gleich auf Blätter umstellen. Das holzt es ja fast durch. Ja, das ist ja fast durch. sehr nice damit können wir schon mal ordentlich was für die machen machen es anders ist immer immer gerne leicht warum solche warten wenn man doch automatisch laufen lassen können das falsche taste ist fängt jetzt zwar ein bisschen an den stocken dazu beraten aber das macht voll und ganz nichts weiter und verdrück ich mich jetzt die ganze zeit läuft doch wo der ist noch voll mit holz das kann noch dauern ich denke schon doch die kam gerade vom himmel die grünen dinger skyrim und sie ist sagt sie wird aber du hast wieder eine logitech geholt ich habe damals die tastatur geliebt von logitech die sie mir geschrottet ja komm das wird jetzt noch ewig dauern bis das durch ist aber dann werden wir das ganze grünzeug da rein stopfen und daraus wird dann spritt gemacht was geht denn hier bist du angeschlossen strom ist alle okay wenn jetzt auch nach und nach die maschinen hier ausfallen ich fange mal hier ganz von vorne an so Hey, du warst nicht voll. Das gilt es nicht. Nicht forschen, ja. Ich glaube, ich habe wieder zwischendurch mal so ein paar Probleme mit dem Internet. Oh, ja, haben wir aufgefüllt. Okay, abgelenkt, sorry. Dich haben wir nicht aufgefüllt. Auch Nachschub gebraucht. Jetzt haben wir wieder vorne irgendwo eine. Oh, ja, fast Struktur, oder? Fast. Hat über so viel Sprit gefreut, ne? Ist doch fast wieder leer. Jetzt haben wir die letzte hier hinten noch. Und jetzt noch die Außenposten, ne? Oh, hat ja gut geklappt. Aber gleich brauchen wir uns eine Karre. Der Buggy wäre geil, ne? Na, 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 na. Ach, der ist ja noch fast voll. Hier bin ich aber im letzten Mal auch hochgekommen. Nein. Da überall noch Schnecken. Die müssen wir uns auch noch holen. Das ist schon vor allem die Lelanden da hinten. Schmecker, Schmecker. Ja gut, also Sprit haben wir auf jeden Fall genug. Das sind, wie gesagt, immer nur so ein paar Frames, die wegbrechen. Jetzt gerade mal mit dem Bitstream etwas runtergegangen. Gucken wir mal. Wie es weiter geht. Ich passe hier nicht durch. Ja, also wir haben noch ordentlich Treibstoff. Ach, da müssen wir ja auch noch mal. Nein. Nein. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017